Der Erste Ich mag Horst Und sie Meinst du dich gut? Ja Lara Ach der dahinter ist aber schon wach Ich hoffe der kommt jetzt hier nicht durch Ich hoffe der ist zu blöd und da Nein ist er nicht Leben Ja ein kleines genau Er ist tot Aber trotzdem nicht so vorteilhaft oder? Doch doch also ich fand das war jetzt eigentlich ganz okay oder? Wie viel Munition hast du denn noch? Drei Na wer wird denn jetzt wach? Wird dir nicht viel nützen? Kannst du nicht da auch durchgehen? An der Seite Doch ja kann ich Hallo? Okay Waffenwechsel Ja ich wollte nur eigentlich die anderen mal nehmen aber Die werden schon noch alle wach Ähm er ist ein Hebel Aha der Hebel Mit äh der Hebel Zieh der Hebel Gut dann betätigen wir mal den Hebel hier und dann werden die guten Freunde hier bestimmt noch alle wach Ach nur er Ach nur er Ja der reicht schon oder? Der nervt schon genug Geh weg Ach geh doch weg jetzt Geh weeeeg Geh weg Danke Er ist weg Er ist weg Ja Ach da 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 Jetzt haben wir aber wieder Daffelfass keine Munition mehr Ja Toll Da musst du jetzt aber sparsam sein Na was haben wir denn Haha wir haben ja kaum noch was Ach die Automatik Eben Oh Gott Ich hoffe da kommt noch Munition Ja das hoffe ich auch Das heißt schon das Level der Hort des Drachen Das ist schon sehr einladend würde ich sagen Ob wir deinen Drachen begegnen? Bestimmt nicht Weil es ja nur so heißt Weil es ja nur so heißt Oh nein oh nein Spring links oder rechts Tu was Uff Noch nicht Ne Du hältst noch ein bisschen aus Dreh dich Dreh dich Jetzt jetzt aber Du musst dich drehen Ich bin dabei Dreh dich Gut Ah stirb Stirb hab ich ja gesagt Ah man Verreck doch Die Gehleitungen auf den Senkel Lebt er noch? Dreh dich Ah ah Das war aber knapp Ja das war sehr knapp Aber es ging noch Aber du kannst ja berlinerisch Ach nicht so schön Ich versuch's halt Aber kannst du gern machen Ich find das gut Ich will da nicht rein Ach da kommen doch bestimmt wieder Freunde Ja ich befürchte 24 Schuss Die brechen wir jetzt erstmal auf Na toll Na toll Wirklich toll Ist ein Messerwerfer Komm Komm Putti putti Komm Ich wusste doch da war was denn das Ungeheil Ich habe keine Waffen mehr Aber so geht's auch Hä? Hat er jetzt die Arme verschränkt und nix gemacht? Anscheinend ja Die bleiben da jetzt eiskalt Eiskalt stehen Die Typen Immer schön hüpfen Immer schön hüpfen Er ist tot Und ich bin sogar mit der Standard Munition ausgekommen Ah Gott sei Dank Danke Und noch Medipack Perfekt Gut 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 Da kommt doch bestimmt noch einer So jetzt brauchen wir erstmal die OZs haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Mh Äh Ja davon haben wir jetzt gar nix mehr Und die nutzen nix Ja sieht ja rosig aus Na nehmen wir die drei Schüsschens da noch Vielleicht hilft's ja Ich hoffe da kommt keiner mehr Da könntest der mal Licht machen Will ich das? Vielleicht liegt in den Ecken was Ich gucke Oh Gott Mir gefällt das hier nicht Mir gefällt das hier gar nicht Also da ist nix Gucken wir da hinten Hoffentlich findet man noch ein bisschen was Ja wär nicht Schlecht Und hoffentlich kommt keiner mehr Ah ich hoffe Aber es bietet sich hier ja nun wirklich an Noch ein schönes Tor Ja war ja klar Mein Gott du nervst Junge Geh sterben Ihr nervt Gut er ist tot Oh Mann Ich rege mich auf Ja mich auch Komm Oh kommt er noch Oh Mann Einer Na klar Na freilich Mach doch gleich 20 davon hin Ich glaube wenn sie es könnten würden sie es tun Ja die können doch Ja verschränkt die Arme Ich sehe nichts aber Ja schieß einfach Du hast ja die Standardwaffen Geh doch jetzt Ich sollte mal wieder Leben nehmen Junge geh doch Die wollen aber nicht gehen Die denken sich auch Nein Mann Ich will noch nicht gehen Die müssen aber jetzt Komm her Kleines Fäckelchen du Siehste warum haben wir denn eigentlich andere Waffen genommen Die Standardwaffen tun es doch auch Ja Ah ist tot So war's das denn Gut das war jetzt ein bisschen noch was zur Entspannung Denk ich mal bevor der Drache kommt Klar Ganz toll Ich bin nicht begeistert Oh du hast schon wieder ein Stück Brot Nein du hast wieder so eine mystischen Plagg hast du wieder Was wollen wir denn jetzt damit Keine Ahnung Ach da einsetzen bestimmt So euch beide hatte ich schon ausgeraubt Hast du auch noch was Freund Bestimmt Ich hoffe es Danke Gut Ja wir sollten uns hier wirklich noch mal etwas genauer umgucken Ob hier noch irgendwo irgendwas liegt Kann man hier eigentlich Schätze sammeln bei dem Drachen Level Ich glaub's eher nicht Weil das ist ja auch nicht sehr lang Okay Also es kommt drauf an Was du draus machst Ob's lang ist Ja dann wird's wahrscheinlich lang Ja mystische Plakette sag ich doch Na gut Plupp Sehr schön Hallo Sollte ich wenn da ein Drache kommen sollte Wovon ich ausgehe Dieses Wäffchen hier nehmen Sollte ich das tun Also eigentlich ist er wieder gut Wenn du in Bewegung bleibst Sag ich dann nur zu Okay ja kommen denn jetzt noch Typen Oder ähm Ne Okay gut Jetzt haben wir den Endgegner Okay Speichern vielleicht Ja Gute Idee Sehr gute Idee Ach wir sind schon wieder ganz unten Dann gehen wir wieder ganz hoch So noch ein letztes Mal Hallo Drache Du hast hier eine große Fläche zur Verfügung Okay Hallo Hi Na Ach wo ist er denn Ach Bist du Bist doch unser Marco Hab ich schon recht Dann liegt er rum Wow Ach Natürlich Jetzt wird's lustig Jai Wow 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 Hallo du Kleiner Ja du bist ja ein ganz süßer Lieber Und ich brenne ich brenne ich brenne Fuck 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 Ey geht ins Wasser Ja so schnell war ich jetzt gerade nicht Ja Also stehen wir so schon mal very beschissen Hab ich das Gefühl Ja so ein bisschen schon Ja aber wie soll man sich denn Also ich muss sehen dass ich mich am besten genau schon so Also da ist Wasser Das heißt ich sollte sehen dass ich hier hin und her springe Wenn er Wenn er wach wird Hier Ja das sind mehrere wo du hin kannst So komm Komm ein Stück zurück Oh Gott Ich mag den Drachen Ich nicht Ich gefällt mir ganz gut Ist ein süßer Ja sehr Nicht mehr erwischt Sehr süß Ich bin im Wasser Oh hier liegt Munition Das ist gut Das ist sehr gut Ja ganz viel Ja Das ist richtig richtig gut Ja Und dahinten liegt auch noch Medipack Also ich nehme hier erstmal alles mit Aber du musst auch noch Luft holen Ja ja gleich Noch noch nicht Behalte du das mal im Auge Aber kann das sein dass die Anzeige jetzt irgendwie grau ist anstatt blau Ja das wollte ich auch gerade sagen Irgendwie sieht die ein bisschen anders aus Ja hat ein paar Bugs jetzt zum Schluss das Spiel Ich weiß zwar nicht warum aber Hm Es ist so Ja Beweg dich Jetzt darfst du noch Ja I see Ach Ich gehe jetzt Luft schnappen So Hallo Drache Spuckst du mich ja eigentlich auch an Nö Ach du bist ja ein freundliches Wesen Dass du mich im Wasser nicht anspuckst Weil du genau weißt dass das nichts bringt So Aber eigentlich könnte er Aber er tut es nicht Der kann seine Schnauze reinstecken und uns fressen Haha Äh wahrscheinlich steht der nicht so auf Lara Häppchen Der mag wahrscheinlich mehr so Marco Häppchen Ja und der ist ja auch nichts dran Ne so speichern wir nochmal wenn wir gerade so schön da im Nassen sind Ja Gut So Raus und Dann mach mal Ballern Da ist er ja Ach warum kann denn der Feuer spucken Wow Immer schön springen links und rechts Bitte nicht so ins Leere wenn es geht Ich glaube wir stehen gerade ganz gut Ja Ist er schon tot? Ja und jetzt schnell hin und äh Schnell hin zum zum Bauch und Schnell 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 Handlungstaste drücken Ja ich mache ich mache ich mache Aber sie macht nichts Ah Ja Sehr gut Ja ja Lecker Jetzt rennen Wohin? Äh da lang nicht Nein nein Wohin dann wohin? Wohin dann wohin? Da durch Vorsicht Feuer Ja ich sehs ich sehs ich sehs Jetzt sind wir geradeaus Okay Oh Gott Ja Kommen hier noch irgendwelche Fallen? Ähm Ich glaube dann nur dass du ab und zu mal springen musst aber Ne ich glaube da dürfte nichts liegen Okay Oh Oh Nur geradeaus Die benötigte Zeit für den Hort des Drachen Elf Minuten und 17 Sekunden Besiegte Gegner elf Benötigte Munition 1029 Treffer 908 Benötigte Medipex 1,5 Zurückgelegte Distanz 1,16 Kilometer Oh Untertitelung des ZDF, 2020